Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seid hier TheLandsTV und ja, was soll man großartig doch sagen? Alle haben das Spiel gesehen, unser Isker Sturm hat in Lanaka bei AEK eine saftige Klatsche kassiert, 0 zu 5 am Ende das Ergebnis und ja, ich bin ratlos, ganz ehrlich. Keine Ahnung, was ich da großartig viel sagen soll zum Spiel. Ich werde euch natürlich kurz, ja, die Highlights, wollen wir es mal so nennen, schildern, aber nur für alle Lanaka-Fans. Aus unserer Sicht war das ja ein kompletter Abend leider mal wieder zu vergessen. Die dritte Niederlage am Stück für die Schwarz-Weißen ohne ein eigenes Tor erzielt zu haben und ja, die Leistung wird kontinuierlich schwächer. Also das muss man ganz klar sagen. Ich habe auch keine, ehrlich gesagt, wirklich keine Lösungsansätze, wie man das irgendwie jetzt besser hinkriegen sollte. Es tut mir auch leid, aber ich bin da selber ein bisschen desillusioniert im Moment. Und naja, auf jeden Fall muss da was passieren. So geht es definitiv nicht weiter. Keine Ahnung, was man da machen könnte in der Richtung. Also ob es jetzt eine gute Idee ist, den Trainer zu entlassen, ob es eine gute Idee ist, keine Ahnung, zwei, drei Spieler vielleicht mal ein paar Wochen bei den Amateuren mittrainieren zu lassen. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Also nach der Leistung, merkt ihr selber, fällt mir da auch nicht wirklich was ein. Also ich bin genauso schockiert wie die meisten. Ja, aber es muss halt auch weitergehen. Also einfach mal gucken. Der Vorstand, der Sportdirektor, der Trainer, die Spieler, alle sind da wirklich in der Bringschuld, dass man jetzt endlich wieder irgendwie in Gang kommt. Egal wie, aber das Rädchen stoppt komplett. Also im Moment, ja, funktioniert einfach, ja, hat man das Gefühl. Das ganze Konstrukt überhaupt nicht. Die Spieler, ja, haben keine Abstimmung. Man merkt auch, dass da keine Einheit auf dem Platz steht. Und ich kann euch ehrlich gesagt in diesem Moment keine Antwort liefern, woran das liegt. Sind es die Spieler? Sind sie zu eingebildet? Verdienen sie zu viel Geld? Keine Ahnung. Ja, nimmt man das Ganze einfach zu sehr auf die leichte Schulter, schafft es der Trainer nicht, den Spielern glaubhaft zu vermitteln, was er wirklich spielen lassen möchte. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden. Vielleicht hat man auch wirklich falsch eingekauft oder braucht die Mannschaft einfach nur mehr Zeit. Ich kann euch leider wirklich keine Antwort auf diese Fragen geben. Und, ja, ihr könnt es mir aber natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir gehen das Spiel trotzdem anstandshalber nochmal ganz kurz durch. In der siebten Minute bereits richtig, richtig schlechter Beginn für unsere Schwarz-Weißen. Das 1 zu 0. Lanaka tankt sich über die rechte Seite durch. Der Ball kommt zu Trikowski, der ja schon in Graz gegen uns getroffen hat. Und der dribbelt sich da ohne Probleme gegen unsere Defensive durch. Ich glaube, Spendlofer ist es, der da am ältesten in der Abwehr drinnen aussieht. Und, ja, Trikowski hat allen vorbei, auch an Schützenhauer. Und, ja, dann nudeln sie das Ding irgendwie über die Linie. Und es steht halt früh 1 zu 0 für Lanaka. Zu diesem Zeitpunkt war auch klar, dass es keine Verlängerung geben würde von unseren Jungs kam. Herzlich wenig bis gar nichts. Ehrlich gesagt, gar nichts trifft es, glaube ich, dann eher. In der Offensive komplett lustlos. Viel Standfußball. Sehr, sehr, ja, ideenlos. Maximal ab und zu eine Flanke über die Seite. Und über die Mitte ging sowieso so gut wie gar nichts. Aus meiner Sicht, ja, komplett, ja, desolate Vorstellung. Vor allem in der ersten Hälfte. Lanaka hatte dann auch einige Torchancen, das Ergebnis sogar zu erhöhen. Man muss aber fairerweise sagen, unsere Bleckis haben dann auch ein Tor erzielt, das, wie ich glaube, nicht unbedingt als Abseits zu geben war. Eine hohe Hereingabe. Ich glaube, von Marisic war die Flanke und Obermeier war wohl irgendwie noch dran. Kam aus dem passiven Abseits ins Aktive, meinte zumindest der Unparteiische. Und, ja, der Ball war im Tor, wurde aber eben wegen Abseits nicht gegeben. Ich konnte es persönlich nicht hundertprozentig erkennen. Ich hätte eher gesagt, es war kein Abseits. Und die Regelauslegung ist ja im Zweifelsfall für den Stürmer, also für den Angreifer. Okay, hat man nicht bekommen. Darf an der Stelle keine Ausrede sein. Aber ist natürlich schon bitter gewesen. Das war so in Minute 10 herum. Also wenige Minuten auf jeden Fall nach dem Führungstreffer für Lanaka. Danach, erste Halbzeit, ja, auch Lanaka mit einem Tor, oder zwei Toren, glaube ich sogar, die nicht gegeben wurden. Ja, sehr, sehr viel Glück für unsere Schwarz-Weißen. Wo Lanaka schon wieder durch war, das Tor war eigentlich schon leer. Und dann lässt der Lanaka-Angreifer sich hinfallen. Und er berührt dann mit dem Arm den Ball. Und deswegen wird die Situation dann abgepüpfen. Da hatten wir richtig Schwein. Klar, die Situation abzupfeifen. Aber ja, mit jedem anderen Körperteil hätte er den locker über die Linie drücken können. Da hatten wir wirklich noch Glück im Unglück, muss man sagen. Dass es dann zur Pause nur beim 1-0 geblieben ist. Ansonsten auch keine nennenswerte Tor-Chance für Sturm in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang haben unsere Jungs dann wenigstens so gute 10 Minuten, Viertelstunde von mir aus. Ein bisschen den Willen erkennen lassen, dass man, ja, gewillt ist zumindest, ja, in Richtung Torabschluss ein bisschen was zu versuchen. Gelungen ist am Ende nicht wirklich viel. Die beste Chance meiner Ansicht nach für uns Rebekis, das war dann eh so nach knapp einer Stunde von Peter Schul. Zunächst spielt Schul, nachdem er sich einmal gegen ein paar Gegenspieler durchsetzen kann, schön raus. Ich glaube auf Pink, der wieder mit der Hereingabe in den 16er. Hosiner kommt nicht ganz an den Ball, spitzelt ihn aber gerade noch in Richtung des gegnerischen Keepers. Der wehrt den Ball ab. Und Peter Schul hätte eigentlich das Tor machen müssen, verstolpert diesen Ball wirklich kläglich. Also trifft den Abpraller einfach nicht richtig. Und es ist halt so richtig symptomatisch wie die aktuelle Situation. Es will halt einfach nichts zusammenlaufen. Das wäre halt die Riesenmöglichkeit auf das 1 zu 1 gewesen. Sandinovic hat entweder knapp vorher oder wenig später, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die gelb-rote Karte dann gefressen. Ja, zwei sehr, sehr dumme Fouls. Gerade das zweite ist mir gut in Erinnerung geblieben. Da streckte er den Arm so ein bisschen aus in Richtung Gegenspieler. Von mir aus war es auch ein bisschen triatralig vom Lanarka-Spieler. Aber ja, ist einfach eine dumme Aktion gewesen. Und ja, dementsprechend gelb-rot darf man sich da nicht beschweren. Nachdem Lierländer im Hinspiel ja schon die rote sah. Jetzt wieder ein Ausschluss. Also 0-1 hinten, ein Mann weniger. Und dann war es dann auch bald mal vorbei. Denn Lanarka hat dann nach der rote Karte nachsetzen können. Bei Sturm war die Hoffnung endgültig dahin. Und Lanarka hat dann eben auch einen Elfer bekommen. Ein sehr schlampiger Rückpass von Spendlhofer in Richtung Schützenhauer. Auf jeden Fall der Lanarka-Angreifer. Er duelliert sich da mit Spendlhofer um den Ball. Spendlhofer, was rede ich natürlich mit Schützenhauer im Tor, der ja das Tor statt Siebenhandel gehütet hat. Und ja, Schützenhauer geht auf jeden Fall ja mit dem Fuß zum Ball trifft den Gegenspieler. Man hat es in der Wiederholung ganz gut gesehen. Und ja, der Elfer war im Endeffekt dann auch berechtigt. Was mich persönlich sehr geärgert hat. Zunächst hat man nämlich nicht feststellen können, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Also es war wirklich eine komische Situation. Ob der Schiri den Elfer gegeben hat. Denn im Endeffekt von Schützenhauer kaum eine Reaktion. Spendlhofer hat sich so ein bisschen aufgeregt. Aber also für mich hat die Mannschaft in diesem Fall da schon aufgegeben gehabt. Also auf mich wirkt es einfach so. Der Elfer war da natürlich auch souverän drin. Und das war eben dann das 2-0 durch Lanena. Keine Ahnung, hat mir den Namen auch nicht gemerkt. Ist auch nebensächlich. Auf jeden Fall war das die Entscheidung. Und nur eine Minute später das dritte Tor. Ein hoher Ball in unseren 16er oder vor unserem 16er. Avlonitis und Spendlhofer kommen. Ja, Trikowski nicht hinterher. Und der vollendet erneut zum 3-0. Das war eben der Genickbruch. Danach von unseren Jungs eigentlich auch gar nichts mehr gekommen. Nur Merlanaka, die dann ja gnädig waren eine Zeit lang. Erst in der Schlussphase haben sie dann wieder so ein bisschen aufgedreht. Bei unseren Burschen war es sowieso eigentlich schon vorbei. Im Endeffekt dann setzt sich der eingewechselte, dunkelhäutige Flügelspieler von Lanaka über die linke Seite durch. Auch sein Name ist mir leider entfallen. Spielt dann nochmal herein. Und dann war es, glaube ich, wieder Trikowski. Ja, der eben dann aus kurzer Distanz zum 4-0 trifft. Und dann nur ein paar Minuten später, also ich glaube Minute 85 herum, dann noch der fünfte Treffer. Wieder ein hoher Ball. Hinten bei uns längst Auflösungserscheinungen. Natürlich mit einem Mann weniger auch. Klar, man muss aber auch sagen, Vogel hatte sogar versucht, die Defensive zu stärken, indem er Aflonitis gebracht hat, ja, für einen Offensivmann. Also das war sowieso ganz, ganz komische Wechsel auch dabei gewesen. Also so ganz, ja, kann ich es, wie gesagt, noch immer nicht begreifen. Auf jeden Fall beim fünften Tor der hohe Ball in unseren Sechzehner. Und ja, da steht dann eben auch ein Angreifer Florian, der Name, glaube ich, von Lanaka. Und der trifft eben zum fünften Tor. Ein richtiges Debakel für unsere Blackies. Und ich muss schon sagen, so schockiert nach einer Niederlage war ich schon sehr lange nicht mehr. Und auch bei mir, ja, was soll ich da noch sagen? Regiert natürlich die Enttäuschung. Ja, und keine Ahnung, was man da machen kann. Macht es Sinn, wirklich da personell etwas zu verändern? Ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie ihr das seht. Bitte natürlich keine, ja, zu tiefen Ausdrücke. Das möchte ich bitte weniger hier auf dem Kanal. Aber ja, ihr könnt mir da gerne eure Meinung unter dieses Video schreiben. Und ja, es geht auf jeden Fall am Sonntag gegen Alltag weiter. Und ja, zum Alltagsspiel sollte es im Grunde da auch ein Vorbericht geben. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mir das noch überlegen, wie der aussehen wird. Im Moment, ja, ist bei mir so ein bisschen Ratlosigkeit auch da. Ihr merkt es ja selber. Und ja, guckt mal halt, ob sich da was ändert. Auf jeden Fall. So kann es nicht weitergehen. Und es muss auf jeden Fall was passieren. So viel eben von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lernstv. Nichtsdestotrotz, euer Elias. Und natürlich weiterhin, auch wenn wir scheiße sind im Moment, auf die Schwarzen! Jetzt erst recht! Und bis dann! Ciao, ciao!